Radio Bremen Melodie Hallo und Moin Moin Radio Bremen Melodie Einen wunderschönen guten Tag Ben Alverdador Am Mikrofon Klaus Nett Glückwünsche und Musik mit Peter Otto Radio Bremen Melodie der Verkehrsfunk Die Busse der Linie 25 werden umgeleitet Und ich habe im Augenblick keinen Verkehrsfunk da Also haben wir keine Meldungen und es geht gleich weiter Radio Bremen Melodie Unser Wetter Temperatur in Bremen minus 10 Grad, in Bremerhaven minus 9 Die Aussichten heiter, zeitweise Durchzug von hohen Wolken In der Nacht örtlich dünne Wolkenfelder, minus 10 bis minus 13 Grad Das war sie, die Rundschau am Abend mit Rudolf Schwitter Der folgende Notenwechsel jetzt mit Holger Angold